Fünf Gründe, warum ich mich für die Ausbildung zur Kaufrauf für IT-Systemmanagement entschieden habe. Mix aus technischem und kaufmännischem. Die Ausbildung verbindet kaufmännisches Know-how mit technischem Verständnis. Sehr möglich ist, IT-Herausforderungen zu verstehen und sie bestmöglich mit kaufmännischem Verständnis zu bewältigen. Dazu gehören unter anderem die Auswahl von IT-Systemen, das Beraten von Kunden und Mitarbeitern, sowie Projektplanung und Umsetzung, als auch das Sicherstellen der IT-Sicherheit. Vielfältige Jobmöglichkeiten. Nach deiner Ausbildung kannst du im Vertrieb von IT-Systemen arbeiten, sowohl als auch in der Programm- und Produktentwicklung, bei zum Beispiel Dienstleistern oder sogar großen Herstellern wie HP, Lenovo und andere renommierte IT-Hersteller. Kunden- und Herstellerkontakt. Bereits in deiner Ausbildung hast du viel Kontakt zu Kunden als auch zu großen Herstellern, wodurch deine soziale Kompetenz gefordert und dein technisches und kaufmännisches Wissen gefördert werden. Flexible Arbeitsmöglichkeiten. Gerade in der IT sind flexible Arbeitszeiten oft gegeben. Durch die vorwiegende Arbeit am Computer ist es möglich, remote zu arbeiten und deine Arbeitszeit flexibel einzuteilen. Digitale Transformation und der damit verbundene sichere Arbeitsplatz. Als Fachkraft für IT-Systemmanagement bist du unverzichtbar, denn du weißt ganz genau, worauf es bei der digitalen Transformation ankommt und was deinen Kunden dabei hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.